In Brasilien ist irgendwie wieder so ein Brand, Waldbrände. Und was ich sogar gehört habe, die Präsidenten machen das extra mit so einem Laser. Hast du dich davon gehört? Ja, ich glaube nix mehr. Geh mal auf Instagram, bestimmt 100% einer von deinen Kollegen post das. Die meinen jetzt irgendwie Prey, Prey und so. Bringt eh nix. Weil wenn die schon Laser machen und das extra abschießen da mit Feuer, dann heißt das, bringt eh nix, wenn wir Menschen dagegen aufschieben. Weil die das eh machen wollen. Wo bekommst du eigentlich so welche Sachen mit? Guck mal, ich weiß alles. Ja, dann guck da in dein Handy. Und du wolltest eben auch was sagen. Zeig mal. Ich habe so einen neuen Rapper gesehen. Der ist korrekt, woher aus UK. UK, okay. Grime. Du liebst ja eh Grime. Naja. Deswegen. Check ihn ab. Auf dem Spotify direkt, man. Ja. Hat er schon ein Album gedroppt? Ja. Easy. Wir checken ab auf jeden Fall. Und ja, du guck nach, diese von den Waldbrände. Jeder hat das neue Post. Ich hab bis jetzt nix mitbekommen. Dann guck meine Seite, ich hab auch. Ich sprucke jetzt wieder. Ja. Wie hast du gedacht? Ah, los geht's. Boah. Ich hab überlegt, ja. Ich hab überlegt. Was war echt? Ich bin chill mit mir. Ich kann nicht chillen. Ich kann nicht chillen. Wo allein, ich kann nicht chillen. Wie. Jungs. Ich hab mir alles versucht. Baustelle. Ich komm gleich auf die Baustelle. Guck wie ich aussehen. Dreckig. So gut ist alles gemacht, Alter. Ich bin mal auf die Baustelle. Auf die Baustelle. Geht doch nicht mehr. Ja. Was willst du uns jetzt damit sagen? Ja, Jungs, es geht nicht mehr einfach, ja? Ja. Los. Ich muss noch anderes probieren. Okay. Ich auch diese Fendi-Jub. Fendi-Jub. Hier. Mit Le Baby und so. Aber ich bin Baustelle von 8 Uhr bis 17 Uhr. Du hast gute Arme. Nein, Mann. Ich hab keinen Bock mehr drauf, Alter. Soll ich mal Dings... Was? Ich hab gute Arme bekommen? Stabil. Ja, aber das ist nicht alles. Ich brauch Cash. Du darfst da einen Champion an. Gute Klamotten. Stabil, ne? Stabil. Ja. Ja, trotzdem. Alles ist das Gleiche. Gar nicht das Gleiche. Okay. Ich muss irgendwas anderes versuchen. Ich weiß. Es wird hart für euch. Ich will Rapper werden. Wie Rapper. Kannst du überhaupt... Ach, du hab Flo? Kannst du überhaupt rappen? Hast du Texte? Jungs, ich mein's ernst, Alter. Ich mein's... Ich mein's ernst! Ich mein's ernst, Alter. Ich mein's ernst, Alter. Okay. Okay. Jungs, guck mal. Ich hab alles versucht. Ich hab alles versucht auf dieser Welt. Ich hab alles. Alles. Alles, Mann. Machst du mir gleich noch Arsch verkaufen? Arsch! Wie hast du dir das vorgestellt? Ich bin Rappens. Weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Ja. Mein Name. Ich hab meinen Namen jetzt. Okay. Bundesliga-Jib. Bundesliga-Jib. Yes. Bundesliga-Jibs. Bayern München und Hamburg. Nein! Nicht das! Bundesliga. Von Rappen bin ich die Bundesliga. Okay. 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 Ich mach einfach, okay? Ja. Okay, mach mal einen Beat. Irgendwas? Mach einen Beat an. Hier ist der Beat. Ah, das ist der falsche. Sorry. Hier. Du wolltest auch rappen. Let's go. Wir hatten los, ja? Ja. Ja. Ich hab mich in der Gib. Ja. Ja. Ich hab ja gehört, so. Ja. Komma, komma, komma rein. Komma, komma, komma rein. Gehe wieder, wieder raus. Gehe wieder, wieder raus. Jib, Jib. Bundesliga. Bundesliga, Bundesliga, Bundesliga. Jibs, Jibs, Bundesliga. Bundesliga, Bundesliga, Bundesliga. Ja Mann. Ich bin da. Bin auch weg. Komm wieder rein wie der Geist, hau dich weg. Was willst du? Ich bin da. Ich komme rein, chill mit deiner Ma. Was ist los? Sie kommt, zieht dich aus. Ich sag zu ihr, mach das nicht Maus. Ja, Mann. Ska, Ska! 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 Der ist straff eigentlich, wa? Ist doch straff, oder? Ist doch straff, oder? Ist doch straff, oder? Hä, der ist doch straff. Wieso brauchen wir hier in Deutschland? Wir brauchen das, genau das brauchen wir. Das hier. Ska! Ska! Ja, Mann, Alter. So, ey, Jungs. Was ist am Anfang? Du musst aufnehmen, Mann. Sofort. Meinst du Dings? Sofort. Wir gehen in Studio. Haufen. Wieso noch? Ja, okay, warte. Brauch ich keine Ketten und so? Nein. Ja, du hol deine Ketten und dein Studio. Weißt du, damit der Weib steht, Mann. Jungs, Alter. Steht mal auf, Alter. Was macht ihr? Du kommst hier rein, Junge. Du bist zu spät. Na? Dann rennt ich ja noch. Jungs, Alter. Das ist meine Karriere, Alter, Mann. Meine Karriere. Du bist zu spät. Drei Stunden. Man nimmt nicht draußen auf. Hier drin in Studio. Oder willst du mit Baum recorden? So funktioniert das nicht, Alter. So funktioniert das nicht, Mann. So funktioniert das nicht, Mann. Wirklich leer. Nee, aber Alter, ey, Leute. Habt ihr alles fertig? Ja, wir haben ready. Wir können aufnehmen. Go. Let's go. Okay. Ja, dann hol deinen Text raus. Jetzt. Wir nehmen auf. Jetzt. Jetzt. Hier. Let's go. Come on. Komm rein. Komm rein. Fügt euch an. Habt ihr meine Texte fertig? Wie? Wie deine Texte? Deine Texte. Du bist Rapper. Also du schreibst deinen Text auf. Ich bin nur der, der produziert. In Ernst? In der Schule. Junge, denk dir die ganze Rapper. Ja. Du sagst Mellow. Der hat auch erst mal am Anfang seinen Text geschrieben. Nicht jetzt, natürlich jetzt andere schreiben. Aber der hat am Anfang geschrieben. Ja. Guck mal, was er sagt aus. Der sagt es auch nicht. Wenn du Auto kaufst. Ist Tank direkt drin oder musst du tanken gehen? Du musst tanken gehen. Nö, wenn ich Auto gekauft habe, war Tank drin. Also. Komm nicht von alleine rein. Schreib deinen Text. Jetzt sind nur mit cool Schlöten bin ich hier. Ja. Alles klar. Schreib mal den Text. Schreib mal den Text. Schreib mal den Text. Kennst du noch den Beat? Den Beat? Ja. Ich dachte, du machst den Beat. Ja, den hab ich. Aber kennst du den noch? Hast du den noch in Erinnerung? Nö. Ich hab einfach so ge- So. Du bist drei Stunden zu spät. Lass aufnehmen. Okay, ja, let's go. Irgendwo allein ins Facts, Alter. Immer zu spät. Kommt erstmal zu spät, Junge. Ah, du. Keine Disziplin, keine Pünktlichkeit. Nix. Wenn du bereit bist, gibst du mir Bescheid. Der bietet schon hier. Du musst einfach nur rappen. Sei mal ruhig, Alter. So. Bist du bereit, Bro? Guck mal, irgendwann Freestyle, ne? Ja, okay. Jetzt kommt... Major. Major. Major, okay. Na, diesen ist doch ich ein Major Deal. Okay. Bei... Wie heißt die nochmal? Musik von Warner? Warner Music. Nein, die anderen. Universal Music, ne? Nein. Sony Ericsson. Sony Ericsson? Ericsson. Okay, nicht Samsung. Mama ist da nicht so. Okay. Okay. Bist du bereit? Aber ey, guck mal. Du weißt das genau. Du bist ja mein Producer, ne? Ja. So. Du musst... Mach richtige Sachen rein. So diese... Die Vocals sind ja wichtig. Ja. Mach ein bisschen höher. Mach Autotune, Autotune. Dein Talent zeigst du jetzt da drin. Wenn ein Fußballer auf einem Fußballplatz geht, musst du ja nur Tore schießen. Du musst einfach nur rappen. Den Rest mache ich hier. Wir können loslegen. Bereit? Okay. So, ich lass jetzt einfach mal den Beat laufen, dann kannst du rappen. Junge, mach einfach, Mann. Ah, okay. Ey. Oh. Come on. Yeah. Sky. Sky. Yeah. 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 Komm rein. Wieder da. Komm raus. Wieder weg. Bin wieder da. Mache heute alles weg. Ich flex. Guck meine Chains an. Mache heute keinen Spaß. Ich mache nur die Frauen an. Ja, ja. Alle wollen... Oh. Scheiße. Gar nix, Alter. Mero einfach Bundesliga, Junge. Kreisliga ist ja. Kreisliga. Kreisliga. Kreisliga eh, Junge. Super, Junge. Mach mal die. Mach mal die. Mach mal die. Autotune, Junge. Ja. Das kommt ja später. Erstmal brauchst du deine Buche zu trocken. Das kommt ja alles noch. Junge, das ist alles da nicht, wenn das nicht reingeht, ne? Das geht rein. Okay. Mach dich keine Sorgen. Okay, wieder rein. Okay, okay. Bereit? Ja, Mann. Wir machen nochmal von vorne Part 2. Warum von vorne? Oder wirst du von da von der Stelle weiter? Ich weiß nichts mehr, was ich gerappt habe. Ja, dann nochmal. Ja. 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 Come on. Tschüss. Tschüss. Bin wieder da. Komme rein. Mach mal Spaß. Du Schwein. Ganz genau. Ich hab nichts zu tun. Will heute Rapper werden. Also halt dein Mund. Ganz genau. Bundesliga-Jill. Ich bin wieder da. Bring die Batzen auf den Tisch. Bundesliga-Jill. Wieder, wieder. Mache heute keinen Spaß. Wie gesagt. Ich bin da. Verticke den Gras auf den Straßen von Arkadash. Haha, geil. Shabby. Yeah. Skill, skill. Ah. Ah. Skill, skill, skill. Aha. Bin wieder da. Yeah. Skill, skill. That's the end, man. You know? Yes. Let's go. Okay. Skill. Mmmmm. Ah. Ah. Skill, skill. Wuff, wuff. Yeah, ist glaube ich ein PAB. Meiow. Babyo. It's a Mail. Wieow. 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 Wieow, wieow. 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 Das waren deine AdLibs? Das waren meine AdLibs, ja? Sehr gut, sehr gut. Okay, ey, Jungs, wie fahren wir jetzt? Okay, in einer halben Stunde einfach, schaffst du das in einer halben Stunde? Ich frage mich, ob du das schaffst. Bei ihm kam es auch zu spät. Machst du da drauf, AdLibs, misch ich alles ab. In einer halben Stunde, schaffst du das? Ich schaffst auf jeden Fall schön mehr Sachen, ne? Dann treten wir gleich draußen für das Musikvideo und dann let's go. Dann machen wir das, okay? Okay, go. Okay, let's go, bis gleich. Ich geh wieder rein, bin dann weg. Komm wieder raus, bin dann raus. Ja, Mann, ich bin wieder da. Verlieg den Gras auf Arkadash. Mach keinen Spaß, ja. Skiskor, skiskor. Bitte, komm, komm, her. Skiskor. Also, warte, 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 warte. Bundesliga-Chips. 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 Ja, Mann, Bundesliga-Chips. Junge, Alter. Halt mal die Richtung. Halt mal ein bisschen gerade, Mann. Ein bisschen nach oben. Was steht da? Bundesliga-Chips. Ja. Und du musst immer die nächste, weißt du? Du musst ja gleich die nächste machen, Mann. Kann ich die ganze Zeit gleich Huck singen? Alter. Okay, bleib weiter, Mann. Warte, warte, warte. Ah. Skiskiskor. Geh mir wieder rein. Du musst schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller. Komm wieder raus. Bin wieder raus. Bin wieder raus. Bin wieder da. Au, 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 au. Au, au. Kein Spaß, ja. Skiskor. Ja, man sagt mir, wie es geht. Bin wieder, guck, 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 guck. Oh, au, au, au. Yeah, yeah. Skiskor. Bundesliga-Chips. Bundesliga. Bundesliga. Bundesliga-Chips, yeah. Bundesliga. Bundesliga-Chips. Machen kein Spaß. Nein, nein. Skiskor. Skiskor. Bitte, 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 сказ. Gim weg. Bitte, 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 gib weg. Komm in, schau'n. Mach wieder raus. Bundesliga-Jibs, Bundesliga, Bundesliga-Jibs, Bundesliga, Bundesliga-Jibs, machen keinen Spaß, nein, nein, wieder da, und dann, bitte, 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 geh weg, bitte, bitte, geh weg, hau dich rein, hau dich raus, mache bitte keinen Scheiß, ja, man, wieder da, oh, shit that ass, oh, oh, ey, oh, ey, oh, ey, skiske, oh, skiske, oh, skiske, 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 oh, skiske, oh, skiske, oh, so, Leute, ich mache keinen Spaß, wir sind da, Major-Jibs, Bundesliga-Jibs, mit Feuerlöscher, wir kommen damit, wir sind da mit Afrikaner, 2019 wird zu krass, 2019 wird zu krass, let's get the puppy man. Georgia wird gefickt. Yo was geht, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Aber ich hab euch gesagt, ich bin wieder aktiv auf YouTube. Und das war Bundesliga-Jibs, Bundesliga-Jibs. So, auf jeden Fall, ähm, keine Spaß, machen keinen Spaß hier. Ich bin Bundesliga-Jibs, die machen keine Faxen, ja? Nein, auf jeden Fall, Leute, war ganz cool mit den Jungs. Shoutout an die Jungs, die mir geholfen haben für das Video. War immer ganz witzig. Und, ähm, ja, man, subscriben, subscriben, subscriben. Macht die Kommentare voll. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und was hättet ihr davon, wenn Bundesliga-Jibs wirklich ein Album rausbringt? Hahaha. Nein, es macht euch Spaß. Auf jeden Fall, ähm, ja, man, hittet die Subscribe-Button, Like-Button.